Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zum zweiten Vlog von der Türkei, wie ihr seht es in der Hintergrund, ich bin wieder zu Hause und ja, der Vlog kommt jetzt auch zwei Wochen später als der erste Teil, ich wollte eigentlich jeden Tag einen Tag hochladen, hat sich dann leider doch auf die Wochen bezogen. Ja, auf jeden Fall habe ich in dem Vlog, den ihr jetzt gleich im Anschluss sehen werdet, nicht so viel gelabert und wir haben auch die meisten Tage eigentlich nicht sehr viel gemacht, deswegen habe ich mir einfach gedacht, legst ein bisschen Musik runter und machst einfach so ein kleines Best-of von den letzten Tagen, die wir da noch da waren und ja, da haben wir auch noch einiges gemacht und ich habe auch einiges gefilmt, leider nicht so viel gesprochen und ich würde sagen, schaut euch den Vlog bis zum Ende an, vergesst natürlich nicht den Kanal kostenlos zu abonnieren, Like würde mich auf jeden Fall auch freuen, falls euch irgendwas Besonderes aufgefallen ist oder falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, freut mich natürlich immer und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Vlog, im Kürze kommen wieder FIFA Videos zu dem neuen Spiel FIFA 17, ich würde sagen, haut rein, guckt euch den Vlog an und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.